Der Mensch hat im Laufe der Evolution eine Vielzahl absurder Bewegungen erfunden, wie das Kamasutra, diese elende Mischung aus Unzucht und Möbelmontage. Das weitere natürlich Sport und seine missgebildeten Geschwister Yoga, bei dem eine Bewusstseinserweiterung eintreten soll, weil 20 Menschen gleichzeitig die Kontrolle über ihren Schließmuskel verlieren. Dann gibt es Pilates, der Menopausen-Marschallplan. Für die, die sich ihrer Inkontinenz schämen, gibt es Wassergymnastik. Und zu guter Letzt, eher klassisch, das Turnen. Turnen ist eigentlich eine deutsche Erfindung, wurde erfunden Ende des 19. Jahrhunderts von einem gewissen Ludwig Jahn, der es unheimlich gern mit jungen Knaben getrieben hätte. Aber leider nicht gläubig war.